ja liebe freunde ich begrüße euch ganz herzlich nach etwas längerer zeit mal wieder zu einem video hier auf meinem kanal es tut mir recht herzlich leid dass in den letzten dass in der letzten zeit so wenig videos kam das lag einfach daran dass ich privat sehr wenig zeit hat geschäftlich auch sehr wenig zeit hatte und das ganze nicht so ganz in den tagesablauf hinein gepasst hat ich weiß der letzte live stream ist auch schon etwas länger her und ja da möchte ich dann auf jeden fall noch mal ein bisschen daran arbeiten dass das auf jeden fall besser wird und ich habe es mir auch noch mal überlegt ich möchte die season weiter laufen lassen und zudem dieses projekt hier was wir in dem letzten live stream angefangen haben da möchte ich euch heute einen kleinen einblick geben in das ganze und zwar handelt sich hierbei um die mega city wir haben letztes mal angefangen mit dem bahnhofsbau und das ganze hat sich dann noch ein bisschen verändert und zwar ich habe hier einen untergrundbahnhof eingebaut ich aktiviere das ganze hier mal und zwar einen sechs gleisigen der ausschließlich für die s-bahn sein wird wo genauso wie dieser bahnhof hier so dieser bahnhof ist für den fernverkehr ich habe hier noch mal einen zweigleisigen adv reingesetzt ohne gebäude denn dieser bahnhof soll sozusagen für einen wechsel zwischen hier und hier sein denn die linien fahren natürlich nicht nur hier rein und hier wieder raus und hier rein und hier wieder raus sondern das ganze muss man sich vorstellen wie im stuttgarter hauptbahnhof sie kommen von hier zack nützen das hier als kopfbahnhof und fahren hier weiter das ganze wird dann in diese richtung natürlich auch möglich sein dafür war einfach dieser bahnhof hier notwendig denn dieser bahnhof ist nur 320 meter lang da könnte ich nur einen ICE 3 ja Einzeltraktion reinsetzen mit diesem bahnhof hier könnte ich einen ICE 1 reinsetzen der hat 360 meter da passt der ICE rein so das ganze vorfeld hat sich auch noch ein bisschen verändert wie wir haben hier die zwei tunneleingänge in den bahnhof und haben hier nun die Morfleet brücke ich habe hier die Schallschutzwände ein bisschen umgebaut dass sie nicht so hoch sind dass es einfach ein bisschen aussieht wie eine Mauer von der brücke und die führt hier später quer durch die stadt durch hier bin ich dann grad noch am bauen gewesen denn ähm das mittlere gleis muss man sich als ähm Abstellgleis vorstellen da Züge immer wieder drauf fahren werden wie ich habe hier eine spitzkehre eingebaut da werden die Züge dann immer mal wieder halten und damit die Züge ja natürlich auch auf dieses mittlere Gleis kommen habe ich immer in 320 Meter Abständen solche Ausweichmöglichkeiten eingebaut ich habe auch schon ein bisschen angefangen hier mit Städtebau und ich kann euch sagen das ganze ist sehr kompliziert für mich denn ich habe das so persönlich noch nie betrieben so die 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 ähm die Häuser selber platzieren aber ich muss sagen es macht mega Spaß und ich denke dass dieses Projekt äh dann mir persönlich auch ziemlich viel Spaß machen wird wenn wir hier die ganze Map Bebauen wenn wir weitere Linien setzen und des weiteren ich habe ja auch schon angefangen hier die Fußgängerzone zu kreieren als auch einen Bauzug hier auf die Strecke zu schicken denn der Wunsch wurde ja geäußert dass wir hier eine Baustelle machen wo eine zweispurige Trasse nur eingleisig Befahrbar ist da auf der anderen Seite eine Baustelle ist das ganze In Form einer Erweiterung der Oberleitung und ja ich habe auch den Ich habe auch hier den Wunsch erfüllt mit den Flügelsignalen da das ganze hier eine kleine Nebenbahn wird wird diese mit Flügelsignalen signalisiert sag ich mal so was kam noch dazu hier hinten die Abfahrt kam dazu der Tunnel in den Bahnhof da bin ich noch nicht weiter gekommen hier habe ich ein bisschen rumprobiert mit den Schallschutzwänden Da kann ich dann nachher noch abreißen hier habe ich ein bisschen begrünt zwischen den Gleisen damit das ganze wenn man hier durchfährt auch ein bisschen ansehenswerter aussieht und ich habe auch schon das wird in einem kommenden Video folgen sozusagen das Mittelgleis des Betriebswerkes gebaut Das ganze wird etwa in den Dimensionen hier dann vollendet werden Zudem habe ich hier drüben dann schon angefangen eine Verbindung plus eine Straßenunterführung zu kreieren die meines Erachtens ziemlich gut gelungen ist Das ganze Schotterbett hier soll einfach nochmal eine Hochbetttrasse signalisieren wo früher eventuell mal ein Gleis lang gegangen ist das ganze weiß man nicht auf jeden Fall ist hier noch ziemlich Platz wir haben hier nochmal einen unterirdischen Bahnhof denn wir führen hier oder besser gesagt die Trasse führt hier dann auch in eine regionale zweispurige Trasse ab die dann sich irgendwie durch die Stadt schlängeln wird und darauf werden später Regios und S-Bahnen fahren und damit die S-Bahnen natürlich unten in den Tunnel reinkommen habe ich hier unterirdisch nochmal einen Bahnhof gesetzt die Rosenstraße habe ich das ganze einfach mal genannt wo dann auch hier in unserem Hauptbahnhof unterirdisch endet dann was natürlich nicht fehlen darf ist ein McDonalds denn das ist fast schon mein Stammlokal nein Quatsch Spaß vorbei aber ich mag McDonalds und deshalb muss der auf jeden Fall hier drauf ich habe auch schon hier oben neben dem Bahnhof angefangen Häuser zu platzieren und wie man sieht ziemlich hohe denn das soll ein bisschen so das Wohn- und Gewerbegebiet sein wie man auch hier unschwer erkennen kann ich habe wirklich versucht jede Ecke hier auszunutzen das heißt hier hinten sind wir fast glatt an der Schallschutzwand dran und vorne sind wir exakt an der Fußgängerzone so was ist denn noch geplant wie gesagt ein weiteres Video wird hier folgen über den Bau des des Betriebwerkes als auch ein Video wie ich hier denn die Stadt kreiere da wird es ein Timelapse geben denn ich weiß nicht vielleicht möchte das möchte das der ein oder andere dann doch auch schon wissen bei den größeren ich sage jetzt mal Schönbauern wie Hansdampf und des Weiteren die haben das ja schon alle gezeigt jetzt möchte ich das auch mal irgendwie versuchen da ich wirklich vorletzte Woche das erste Mal selbstständig hier meine Ortsteile zusammengebaut habe denn es wurde auch gefragt wann denn diese Map denn befahrbar sei denn bei mir würde hauptsächlich eigentlich nur Gleisbau sein das habe ich mich wie gesagt ein bisschen mit dem Städtebau beschäftigt und ich muss sagen das macht mir ziemlich Spaß ja im Ganzen hoffe ich natürlich euch gefällt dieses Projekt und wir werden uns in einem der weiteren Folgen oder auch Livestreams sehen was ich euch nun schon mitteilen kann ist das am Samstag am Samstag den 28. gegen Spätabends oder auch am 27. gegen Spätabends vielleicht auch beide Tage ein Livestream über die Nacht stattfinden würde denn ich habe ab da frei und zwar zum Lernen meiner Prüfung die am 14. und 15. November stattfinden wird ähm wer auch Interesse hat an weiteren Mod-Tutorials der kann sich gerne mal melden im Chat oder in den Kommentaren unten ansonsten würde ich mich fürs Zuschauen bedanken und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet wenn euch das ganze Projekt hier weiterhin gefällt dann zeigt mir das irgendwie mit einem Kommentar oder mit einem Daumen nach oben ansonsten würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und ich sage tschüss bis zum nächsten Mal mal